Ja, sowas habe ich nicht. Ich kann gar nicht unter der Betteke lesen, das mir ja viel zu dunkel. Also das habe ich mal als Kind gemacht, weil meine Mutter geschimpft hat, also wenn ich so lange aufblieb, aber das mache ich nicht mehr. Ich würde eine Zeit lang richtig große Geschichten, längere Geschichten erzählen und die noch radikaler mit ganz kurzen Nachrichten mixten, als es heute schon der Fall ist. Die Taz war mal meine Lieblingszeitung und ist für die Bundesrepublik absolut notwendig.